Servus und herzlich Willkommen im Garten des Hansa Verlages hier in München. Vor drei Monaten waren wir das letzte Mal hier. Wir, das sind die Kolleginnen der Münchner Verlage CH Beck, DTV und der Hansa Literatur Verlage. Damals haben wir uns überlegt, wie können wir in Zeiten, in denen keine Messen stattfinden dürfen, eine Buchmesse auf die Beine stellen. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches und spannendes Online-Angebot, das, so hoffen wir, keine Leserwünsche offen lässt. Wir wollen unseren Autorinnen und Autoren eine Bühne bieten, denn die Veranstaltungen gehören zu einer Buchmesse einfach dazu. Die Buchmesse daheim können wir alle mitmachen. Einfach zu Hause aufs Sofa mit dem Laptop setzen, online gehen und genießen. Die Verlage haben sechs volle Messe-Tageprogramm zusammengestellt. Autorinnen und Autoren aus allen drei Häusern werden lesen, empfehlen, kommentieren und diskutieren. Mit dabei sind Laura Licht, Blau Kübra Gümjai, Elke Heidenreich, Romy Hausmann und viele, viele mehr. Weitere Informationen findet man auf den Social Media Kanälen der Verlage und unter buchmesse-daheim.de. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 �